der Lüge ich gerne bei den Spass erstellen das Ding stünden die Heile Pärzieren hier der Mann in die Freie die Wiesel Fremden meinten in der Nähe der Nähe Freie oder ich weiß nicht mehr als ich bin Geschlecht bin ich hab's einfach mal für kurz vergessen nie darf der Färber nicht durch der Färbtmann der durch nie darf darf der Mann drunter da fährt man drunter durch st er fährt man drunter durch schießte ich habe doch gesagt dass man denn nicht durch der auf der bahn drunter durch die zu tun und der Fresse oder so genau das war jetzt sehr gerechtfertigt schönster Park auch jetzt werden sie aber langsam Mekke ist so und jetzt ist das jetzt muss ich erstmal baum entpflanzen der Ehring der Ehring und hier im Ort wo bin ich ach hier vorne er hat genau hier wo bin ich fies aus der komischen Europäer nicht fies ich bin ich nehme noch mal so ein Baubau Baubau der heißt Baubau der heißt Baubau Henning ich schwirr auf mein Leben ich schwirr auf Grunde das ist wirklich Baubau 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 bless die Certains Luste 150 Baubau ein Koffe autob-atob Pappappapp bei Abba-abba-abbar Baup-abba- es ist gut das ist gut die Stau ja ich habe gar nichts gar nichts ist Baubobbauen in Baubobbauen Abbaubbauen die du bist ein Baubobbauen klar ich bin noch kein Baubobbauen noch die Baubobbauen ich bin ein Baubobbauen und ich bin ein ehemaligen Baum Albtraum das ist eine Albtraumesche ein Albtraumesche oder eine Birkenfeige jetzt wird es ja aber keinmal eine Birkenfeige komm rüber ja genau dumm oder eine Albtraumesche boah ich bin ey das sieht nett das sieht toll aus 8 Bruchfrauen komm das machen wir irgendwo hin komm das machen wir 8 Bruchfrauen ey ich finde das sieht schön aus mit dir du Dornbusch boah hast du irgendwie Koks gefuttert oder so oder warum bist du so hast du Koks gefressen oder so warum bist du so 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 man du bist du so 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 ne ist da hier schon niemand drin ne ich glaub das noch niemand ach ja ich weiß warum da noch niemand drin ist warum nicht weil die Bank geschlossen ist ach so ach jetzt wollen sie alle damit fahren ne ja ich weiß was genau was ich damit tun werde jetzt wir gehen erst mal wenn die Ballon zur Steine und da an die ich werde ich sofort Müll einmal aufstellen dann werde ich sofort Müll einmal aufstellen da melde einmal und da Müll 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 einmal Ich bin hier ein bisschen, naja, chaotisch. Ja, und jetzt übergebe ich wieder an Paul. Ja, genau. Da hat jemand angerufen, aber ich weiß nicht wer und dann bin ich zu spät rangegangen und das war mir egal. Bin interessiert schon, ob man sonst davon rangeht oder ob man nicht schon rangeht. Ja, hat Schiller das gut gemacht? Also ich hab nicht wirklich viel getan. Was hast du getan? Oh, okay, der Spruch war jetzt... Den Hasen musst du das du jetzt einfach bringen, ne? Ja. Ja, total. Ach, hier hab ich schon Müll einmal. Da hab ich auch schon Müll einmal. Auch schon Müll einmal. Auch schon Müll einmal. Das ist ja schön. Hab ich auch schon Müll einmal hingebaut. Hab ich auch schon Müll einmal hingebaut. Auch schon Müll einmal hingebaut. Und noch keine Müll einmal hingebaut. Auch keine Müll einmal hingebaut. Auch keine Müll einmal hingebaut. Tja, das macht einen Unterschied. Eine Unterschied. Fahren damit Leute? Ey, wie cool. er hat zwei Leute fahren damit oder eine Person eine Person die Kölner die ganze Band für sich ich werde die wir kotzen wie blöd mhm die wirklich ist es nicht fand das ist Benjamin Blümchen Digga ist das ein großer Unterschied Benjamin Blümchen mhm das ist ein Stramplerzug und das ist Agent K geil ne ja bis die haben wir alle genannt ich bin mir leid ich die jetzt halt immer wegmache das ist uns gegen meine Natur ja ich muss die wegmachen ich muss hier solche Teile hinbauen das kriegst du uns nicht über die Runden Donut and Dona Dona hat mich schon Goldmackets, this is good it comes from America bei Goldnuggets ja Wieso würdest du die ganze Zeit bei Goldnuggets rumhängen weiß ich nicht ach so ich habe mich verbaut deshalb baue ich jetzt noch ein Goldnugget boah das ist aber cool ich weiß ich habe es gesehen sauberster Park wow den habe ich schon zweimal erhalten nein doch nicht scheiße hatte ich nicht nochmal sauberster Park warum ist das nur noch beste zuverlässchen schönster, bester am Ende kriegst du ja bester Park bester Park das ist natürlich das allerbeste das wollen wir wieder haben so kleine Bomontüte mittlere Bomontüte große Bomontüte riesige Bomontüte ja klar Abstände ab dieser Art synchronisieren ja genau jeder es hat jeder 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 jedes große Shakes, heiße Schokolade Kaffee komm jetzt bauen wir noch mal einen Kaffee hier hin das ist ja auch so unbedingend nötig nee aber das haben sich ja total viele eine Person gewünscht cool mit E und Q kannst du auch drehen krass ich lösche diese Person ach Mist ja das es ist 9 Uhr es ist morgens hat Bügel die nicht öffnen scheiß drauf Schlafverwahrung hat Bügel die nicht öffnen Störung ach da kommt schon ein Mechaniker komm jetzt sehen wir uns das ganze mal an ja ich bin schon unterwegs ein Moment bitte ja so hier komm ich mit doch hin meine Güte was für viele oh guck mal Fernsehen nee ich möchte erstmal Fernsehen nee doch nicht ich geh doch mal damit so wollen wir noch mal sehen abschätzen auch machen so äh bspspst oh ja mhm oh das ist aber schwierig mhm ja 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 oh meine Güte oh ja jetzt wieder alles okay kann weitergehen jetzt können alle raus die sind gerade auszusehen von da so pssst jeden gebiet worden das nennt man logisch äh hat der ne ich sag schon der hat Ballon die kauft sich tatsächlich einen Kaffee und die kauft sich auch einen Kaffee die kauft sich auch einen Kaffee Kaffee geht aber gut weg so bau ich doch noch mal einen Kaffee stand nein die 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 ich baue hier alles ich baue ein alles möglich park so was gibt es hier denn noch so viele Stände mein eigenes Stand ist scheiße Fernartikel sind cool ich war es nicht ist die 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 7 und sollte das doch alles schon mal ganz in Ordnung und ja ich hab noch gar keine Toilette ja genau die Toiletten sind die Motivation ja nicht gesehen die Leute müssen auf Toiletten lassen mir doch scheiße egal ist mir das auch und scheiße auch schwiet schwiet du halt irgendwie tut mir leid, Baum, aber du musst auch weg geh weg so, geh doch komm, hier ist die Toilettenstelle die Toilettenstelle die Toilette-Dings Bums auch noch ein Sim auch offen so oh eins passt nicht durchstehen boah, wie schlimm jetzt bin ich ein ganz böser Bubi, oder wie? ja, wahrscheinlich schon wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Toiletten da ist noch eine Toilettenecke und kann können die oben sein? nein, natürlich können die nicht oben sein komm, dann ist hier nochmal eine Toilette, wo man hin kann dann machen wir ja, man, ich, ich mach immer eine Unterung mit der Scenerie-Objekten-Ding da gibt es auch noch eins oh, doch, hier stehen noch relativ viele Leute an ich bin ein Ork und ich heiße Alainer-Gey Gey-Voy zum Beispiel zwischen G und J aber ich nenne dich jetzt, ähm dummer Ork so, und dummer Ork steht an hallo, dummer Ork ist es dummer Ork? ist es dummer Ork? ist es dummer Ork oh, 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 Lampen Lampen, Lampen wo haben wir Lampen, wo haben wir Lampen haben wir hier nicht Lampen? wo sind diese komischen über den da, nee, und Weglampe die Zeit ist so geil ich finde die LOL boah, kann ich nicht mal aufnommen an meinem LOL es richtet mich selbst auf hallo, ich bin Paul und ich rege mich ja dauernd selbst auf hm, was gibt's denn hier noch so schönes oh, 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 oh soll paralyzed es hochinteressant und sie vertreten die ganzen Leeren Lampen immer blinken wir haben wie er sie lieben Lohen nur wie hart wie cool das ist so krass das nennen wir mal aber wer geht bei 23 Uhr im Park 713 Leute ja ja und ich hab mal ein paar Tuletten aufgestellt da ist noch eine aber hier muss auch noch eine hin kommt hier kann ah da muss auch noch eine hin so jetzt hab ich es richtig gemacht jetzt bin ich nicht auf Szenerie Objekte da gegangen ich hab etwas gelernt Szenerie ok und jetzt muss ich auf Laden und Einrichtung und dann nochmal auf Tuletten doch alles sehr schön aus dann bauen wir nochmal eine Achterbahn weil Bahnen sind hier nun mal erwünscht erwünscht ich liebe Achterbahn Daule ach wow Daule du hast mich gerade Daule genannt ich hab überhaupt nicht deinen Namen genannt Daule du hast gesagt ich liebe Achterbahnen toll ich liebe Achterbahnen du hast gesagt toll ich liebe Achterbahnen Daule statt Paul ne ich hab gar nicht deinen Namen gesagt ne echt nicht oh mein Gott sie wollte nicht meinen Namen sagen aber der ist doch so schön so hab ich das nicht gemeint GINDABA GINDABA